Wohin soll's gehen? Lands End, bitte. Das sind 1300 Kilometer. Feindlich los. Und falls ihr heute mit dem Bus unterwegs seid, dann haltet mal die Augen offen nach einem geheimnisvollen Rentner, der auf einer Reise von John O'Groats nach Lands End ist. Falls ihr ihn seht, sagt Hallo. Oder noch besser, schickt mir ein Foto. Wie ist der Name? Tom. Alles in Ordnung, mein Freund? Was machen Sie denn hier mitten in der Nacht, Sir? Sie kommen jetzt mit zu uns. Tom ist auf einer Reise. Für meine Frau. Ich hoffe, Sie schaffen es. Wir hätten zurück nach Hause gehen sollen, als du mich darum gebeten hast. Ich bringe uns wieder nach Hause. Das verspreche ich. Was ist das denn? Das ist mein Freifahrtausweis. Sie sind über 500 Kilometer schwarz gefahren. Raus. Er ist ein alter Mann. Ich bezahle die Fahrkarte. Fahren Sie irgendwo hin? Oh, ich fahr weit, weit weg. Das klingt echt aufregend. Ich glaube, ich kenne dich. Du bist mutiger Mann. Bitte nimm den. Oh, das. Ich will Ihr Geld nicht haben. Gehen Sie nur. Danke. Sie müssen das nicht tun. Doch, das muss ich. Ich liebe dich, Tom. Was macht ihr denn alle hier? Wir sind wegen Ihnen hier. Wir sind oder irgendwie hier? Wir сохранen. Oh, mein Level. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.